Hallo Leute, hier spricht Nightwork546. Mal ein ganz anderes Video. Ich möchte ein paar Worte an euch richten, an die Leute, die mich da draußen sehen. Ich habe die Abonnentenzahl um ein deutliches Stück reduziert. Es sind nur noch 16 Abonnenten auf meinem Channel. Wenn ihr nachseht, werdet ihr das mitbekommen. Warum ist das so? Ich habe doch erst ein 100 Abonnentenspecial gemacht. Ich habe mir die Profile bzw. die Channels von den Abonnenten angeschaut und habe mitbekommen, viele Fake Channels, die wurden sofort gelöscht und blockiert. Einige Let's Player haben auch doppelte Channels, nur um die Abos in die Höhe zu treiben. Ich sage es euch einmal in diesem Video, mir kommt es nicht auf die Abos an. Mir kommt es nur darauf an, dass ihr die Videos gerne schaut. Wenn ihr die Videos gerne schaut, könnt ihr mich abonnieren. Wenn ihr die Videos nicht gerne schaut, hat es keinen Sinn, das zu abonnieren. Ich möchte nur, wenn jemand das gerne schaut, dass er ab und zu mal ein Kommi hinschreibt. Ihr müsst auch nicht. Ihr seid nicht gezwungen, Kommentare zu schreiben. Aber wenn ihr überhaupt kein Interesse für das Video habt oder die Videos, die ich hochstelle, dann braucht ihr mich nicht abonnieren. Das wollte ich mal gesagt haben. Im Moment sind auch die 16 drin, die schon Kommentare geschrieben haben und die ab und zu mal ihre Meinung äußern. Das fand ich super von euch. An euch ein großes Dankeschön. Aber mir kommt es überhaupt nicht auf die Abonnenten an. Es soll jetzt nicht böse auf euch zu reden sein, aber mir wird es mehr bedeuten, wenn ich ein paar Kommentare bekomme, ein paar Anregungen. Und ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Wenn es euch gefällt, ist das super. Aber an alle anderen, die das einfach nur so aus Jux und Tollerei machen, das Abo, die sollen es am besten sein lassen. Noch ein Punkt. Die Freundschaftseinladung. Leute, die ich nicht kenne, von denen ich noch nie ein Video gesehen habe, die mir überhaupt nichts sagen, werde ich nicht annehmen. Und auch von meinen Abonnements, die ich selber gestartet habe. Es kann sein, dass wir dieselben Interessen haben, aber falls das nicht der Fall ist, lohnt es sich nicht, eine Freundschaft zu machen, weil ich dann nur die Videos sehen kann, die ihr euch anschaut. Und das muss nicht zwangsläufig das sein, was ich mir anschauen möchte. Demzufolge, lasst das bleiben. Das war euer Nightwork 5 für 6. Nehmt das erstmal so hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Pokémon Crystal wieder. See you later, Leute.